Ahoi Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier bei Barnabas auf Skyros und wir fangen die nächste Quest an. Wir haben die schon angefangen, wir machen uns weiter. Die nächste, letzte Questline von den Geschichten aus Griechenland. Eine Normalquest haben wir auch noch. Sagen wir was gesehen aus. Okay, wo? Ich helfe dir sie zu finden, aber eine Vision ist keine besonders gute Spur. Es waren drei Visionen. In der Dunkelheit einer vergessenen Höhle fütterte Leder einen Kyklopen. Aber dann sah ich sie mit einer Hexe Wein trinken. Danach hörte ich sie singen wie eine Sirene. Ähm, wo war der Kyklopen? Wegen dieses Kyklopen? Richtig. Tosa und Poseidon nahmen mich bei der Hand und führten mich tief ins Herz der Höhlen von Anafe. Da war ich doch schon mal. Da sah ich Leder einen jungen Kyklopen füttern. Wer war die Hexe mit der deine Frau Wein trank? Leder trank also Wein mit einer Hexe? Psyche selbst zeigte es mir. Die Hexe und Leder waren Freundinnen und tranken bis spät in die Nacht hinein zusammen Wein. Im Hintergrund sah ich die Ruinen auf Paros. Paros, da waren wir auch schon. Wer waren die Sirenen? Sagtest du Sirenen? Persephone zeigte mir eine bemalte Wand. Dahinter lauerten Sirenen. Leder war gefangen. Dann warnte mich Demeter mit ihrer mütterlichen Stimme. Und nähere dich nicht, wenn deine Ohren nicht deinen Verstand besudeln sollen. Hake. Ich, äh... Ich schaue mich auch so. Ein guter Rat. Sowohl von dir als auch von Demeter. Aber... Was kann mir helfen? Du glaubst mir? Hier! Nimm das! Bienenwachs! Er hat diesen Aulos gewonnen. Ich habe diesen Aulos bei einer Sirene gefunden. Wenn man sie so nennen kann. Ein Aulos! Meine Frau liebte dieses Instrument. Bestimmt lernte sie bei den Sirenen, wie man es spielt. Während sie mit ihrem Gesang Männer in den Tod lock. Würde passen. Aha. Sicher war Leder eine gute Begleiterin. Ich wette, die Sirenen und Leder waren gute Freundinnen. Sie war so bezaubernd. Bei mir zeigte ihr Gesang stets Wirkung. Hake, ich suche nach ihr. Wenn Leder lebt, finde ich sie. Den Göttern riecht das gut. Ähm... Ich will Kekloppen füttern. Ein Napfe ist da. Da hinten war doch irgend so ein Bursche, der irgendwie nicht mit mir agieren wollte. Und Paros ist hier oben. Hexe. Was für eine fucking Hexe denn? Bildhauer. Alkaios Grab. Marmorstein. Ich habe keiner was auf Paros sein sollte. Akropolis. Gar keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier hin. Oder weil wir sowieso porten müssen, kann hier erstmal die Quest abgeben. Die wir hier oben noch haben. Dann habe ich das nämlich auch durch. Und falls es wieder irgendwie so ein komischer Scheiß ist, ähm... Dann haben wir das übliche. Wir ähm... Gucken im Internet, wo die Sachen sind. Weil ich keine Lust habe zu suchen. Mehrere Quests angenommen. Kehre mit der Information Galea zu Bahnen. Habe ich noch andere Quests für? Ah ja, hier. Okay, das haben wir schon gemacht. Okay, Alkaios Grab. Okay, steht da nochmal drin. Ich dachte, ich muss es jetzt wirklich selber suchen. Aber... Das passt ja soweit. Warum ist Achaya eigentlich ein... Oder Achaya jetzt... Spartanisch? Ich habe es doch nicht erobert. Naja, ich verstehe so nicht, was alles soll. Rätst du mit dem Narrenkampf? Ich hoffe, das war's und dann will ich noch mehr Sachen haben. Alles. Also ich habe 10 uns Paradoxien. Hast du? Ha! Und was hältst du davon? Das ist Quatsch, ne? Es zeigt das alles unendlich oft teilweise. Die Schildkröte erreicht einen Punkt. Achilleus, der hinter ihr her ist, läuft dorthin. Aber wenn Achilleus an diesem Punkt ankommt, ist die Schildkröte schon weiter. Bis Achilleus dann diesen neuen Punkt erreicht hat, hat sich die Schildkröte erneut weiter bewegt. Ganz genau! Das zeigt, wie sich das Universum unendlich aufteilt. Eine mathematische Theorie in Form einer Kindergeschichte. Xenon war weise. Jeder gebildete alte Mann, den ich je traf, war ein Idiot. Aber der Verstand von Kindern ist unendlich weise. Ich habe den goldenen Schnitt. Eine Entdeckung, die den Lauf der Wirklichkeit verändern wird. Die Seiten sind nicht gleich lang. Zuerst habe ich nichts besonderes darin gesehen. Doch die Seiten dieser Form sind nicht gleich. Die Seite mit dem A ist knapp halb so lang, wie die Seite mit dem B. Fast, aber nicht ganz. A und B verhalten sich zu A wie A zu B. Und wozu benutzt man diese Theorie? Benutzt? Haha. Sie wird nicht benutzt. Nur beobachtet. Es ist die göttliche Balance. Sie kommt ganz natürlich an den schönsten Orten dieser Welt vor. Sie ist überall. Und nirgends. Es war nicht einfach, aber ich habe den Satz des Pythagoras. Der größte Durchbruch, den die Welt je erleben wird. Und jetzt haben wir ihn in seinem ursprünglichen Glanz. Hahaha. Ja, die Beziehung der Seiten zueinander. Ich dachte erst, es geht um die Eckpunkte des Dreiecks, aber eigentlich geht es nur um die Länge der Seiten. Erstaunlich. Haha. Du bist weiser, als du dich gibst. Die Quadrate der kürzeren Seiten ergeben zusammen das Quadrat der Hypotenuse. Es war nicht gerade leicht, aber ich habe alles gefunden. Hast du. Und damit kann ich endlich meine große Theorie formulieren. Die Theorie, die das komplette Universum gleichzeitig teilt und vereint. Wie lautet die Theorie? Mithilfe dieser Theoreme möchte ich beweisen, dass sich das Universum in unendlich viele kleinere Teile teilen lässt. Wenn wir die Wirklichkeit untersuchen, schrumpfen die Teile und der Raum zwischen ihnen wächst. Okay. Und was wirst du mit deiner Theorie tun? Wenn du deine Theorie bewiesen hast, was willst du damit tun? Auch wenn ich beweisen will, dass das Universum teilbar ist, hoffe ich, dass man sie benutzen kann, um die Menschen zu vereinen. Okay. Das klingt alles sehr ambitioniert. Man kann nichts Großes erreichen, wenn man nur auf das Mittelmaß abzielte. Doch ich gebe zu, ich habe persönliche Gründe. Die haben wir alle. Ha! In einer anderen Welt hättest du eine gute Schülerin abgegeben. Als ich Schüler war, liebte ich eine Poetin. Doch meine Studien haben mich so vereinnahmt, dass ich es ihr nie sagte. Ich hoffe, ihr mit dieser Theorie meine Poesie zeigen zu können. Und vielleicht ihr Herz zu gewinnen. Äh, lass uns gleich so gehen. Oh Gott, das geht ja weiter. Was? Haha, jetzt sofort? Du hast schon mal die Gelegenheit verpasst, es ihr zu sagen. Es wäre schade, noch eine zu verpassen. Gehen wir. Du hast recht. Dieses Mal mache ich es richtig. Ich glaube, es wäre nur das hier abgeben. Du hast dich nicht als Liebhaber gesehen. Das war ich auch nicht. Das war ich auch nicht. Meine Theorie, dass zwischen allen Atomen eine große Leere liegt. Ja, ist dein Liebster. Aber nicht mehr lange. Jetzt füllst du diese Leere. Vielleicht. Vielleicht ist, was die Leere füllt und uns zusammenführt. Die Liebe. Merk dir den Satz für deine Poetin, Demokritos. Der ist gut. Meinst du? Also gut, das werde ich. Warum haben wir ja gerade stehen geblieben ist? Warum haben wir so eine Spinte? Das ist dein letzter Kampf! Ich glaube sie ist tot. Hallo. Demokritos. Es tut mir leid. Sie ist tot. Das ist so enden muss. Nach all der Zeit. Lies dir deinen Pussy vor. Du hast dein Theorem. Und die anderen. Lies sie ihr vor. Zeig ihr deine Poesie. Es ist zu spät. Es ist nie zu spät. Du kannst gehen. In einem anderen Leben hätte sie von meiner Liebe gewusst. Du hättest meine Schülerin sein können. Stell dir vor, wie glücklich wir wären. Ein weiser Mann sagte mir, der reichste Mann in jedem Land ist der, der sich nach dem wenigsten sehnt. Sehne dich nicht nach der Vergangenheit. Ich gehe früh genug. Doch im Moment sehne ich mich nach ein wenig Zeit allein. Nimm dies. Und lass mich trauern, Cassandra. Okay. Gut. Dann haben wir es auch geschafft. Neu Quest ist nicht gekommen. Perfekt. Warte mal. Gibt es mehrere Bilder des Tages? Das Bild des Tages war doch irgendwas hier oben. Irgendwo, oder? Oder war es nur von gestern? Keine Ahnung. Wir gehen erstmal nach Ranaffe. Und gehen dann in die Höhle, wo der eine Bursche stand. Der wahrscheinlich kein Kühlklub, sondern nur ein normaler, also ein großer Typ. So, dann würde ich nochmal meine Waffe wechseln. Und da möchte ich wieder auf das Ding gehen, oder? Was macht das denn? Aber die kosten halt schon cool. Aber wir nehmen erstmal die, weil ich sie testen möchte, weil sie groß ist. So groß ist die Waffe auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich benutzen will. Also ich glaube, ich werde mir einen neuen, ähm, den Atlant, also die Sperre des Poseidon, ähm, die, was war das nochmal? Minotaurus-Axt und, äh, vielleicht nochmal eins der beiden Schwerter auf eine hohe Stufe leveln. Aber, ich kann ja im Endeffekt noch viel weiter leveln. Das ist der richtige Ort. Und, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, jetzt dafür richtig viel Geld auszugeben. Und ich glaube auch, äh, Materialien, wenn ich dann sowieso bald den Level aufsteigen, ist dann wieder machen, das würde genau den gleichen Wert. Wenn ich sogar mehr. Ja, mal gucken. Aktuell kommen wir noch gut durch mit dem Schaden. Ich meine... Hallo. Dich kennen wir schon. Nicht näher, bitte! Zeig dich. Tritt ins Licht! Sofort! Nein! Nicht anschauen! Woanders schauen! Ich bin auch allein. Da bist du nicht allein. Mich greift man schon mein ganzes Leben dafür an, was ich bin. Was ist denn los mit dir? Nur wo du einen Augenklapp hast? Ach... Du anders. Du anders. Wie ich. Freunde. Ich Polyphemos. Du klein. Sicher. Klein. Polyphemos, ich suche nach einer Frau, die hier war. Dein Freund sei lange hier. Du helfen Freunde finden. Freunde fischen zusammen. Du mögen Fisch? Ja, wir können es gehen. Ich will dir einen Freund zu finden, mit dem du fischen kannst. Und du hilfst mir die Frau zu finden, die ich suche. Schöner Strand. Klein wird sehen. Klein wird mögen. Jetzt wir gehen. Okay. Interessant. Also er ist nicht jemand gekloppt. Er ist einfach nur einer mit einer Augenklappe und Sprachfehler. Aber ja, den kenne ich schon. Hier in der Höhle war ich auch schon mal. Ich hab gefragt, was das mit dem auf sich hat. Und dann sag ich so, er hat bestimmt noch ein Quester tun. Zeige Strand, wo Frau Polyphemos hilft. Polyphemos, das ist wichtig. Meinst du Leder? Doofes Klein. Nicht Leder. Au! Wo läufst du denn lang? Kannst nicht ein bisschen schneller sein. Sonst sprinten die mal so. Aber wenn die mal sprinten sollen, dann sprinten sie natürlich nicht. Gott, wie weit ist das denn weg? Ey, das ist hier direkt um die Ecke. Meine Güte, bewegt dich Polyphemos. Die habe ich aber schon alle getötet. Die hier waren. Wahrscheinlich wollten die ihn jagen oder so. Wahrscheinlich wollten die ihn jagen oder so. Ja, das ist aber wahr, dass ich beide treffe, aber nein. Nein. Nein, nein. Wo lief der Maus? Du bist nicht wie der Zyklo von Kepa Linien. Der hatte ein echtes und ein falsches Auge. Er hat klein geärgert. Klein geärgert? Was hast du gemacht? Sein falsches Auge in einen Ziegenhintern gesteckt. Klein ist lustig. Und auch tot. Wahrscheinlich ist es wahrscheinlich die Augen gegreifen, oder? Ja, wenn wir so nah da vorbeilaufen. Der muss natürlich auch durch alles durchlaufen. Und hier habe ich schon getötet gehabt, alle. Hammer Doggo. Wollt doch gar nicht. Bunk. Scheiße, sehe ich alle gar nicht mehr. So, dann gibt es hier vorne noch zwei. Ich schlage nicht zufälligerweise gerade unseren guten Freund, oder? Na gut. Ich hätte erwartet, dass der ist überlebt und ich noch kaputt prügelen muss. So, dann nehme ich es auf, dann. Hallo. Bitte sehr, Großer. Der Strand gehört dir. Fisch, so viel du willst. Wo Frau? Klein, finden Strand schön? Ja. Hängt davon ab, wer ihn sich anschaut. Aber sicher, ich finde ihn schön. Aber brauchen immer noch Freunde zum Teilen. Polyphemous mag Gedichte. Die kann üben mit dir. Sag Polyphemous, was macht Klein, Klein? Äh, ich hab schöne Augen. Nun ja, ich habe Augen. Die sind schön, glaube ich. Polyphemous kennt Frau mit schönen grünen Augen. Sie nett. Was sonst? Hm, ich trinke und singe. Das macht mich glücklicher als zu feiern. Wein und Gesang tun dem Geiste wohl. Mit Freund. Polyphemous singt so gern. Noch mehr? Hm, ich vermisse meine Familie. Ich wünschte, ich könnte bei meiner Familie sein. Zuletzt war ich als kleines Mädchen glücklich. Diese Tage fehlen mir. Ich weiß nicht, warum ich dir das erzähle. Du bist ein guter Zuhörer, Großer. Klein tut Ihnen weh. Wie Polyphemous. Für dich. Danke. Das ist wunderschön, Großer. Mehr Geschenk für Klein. Kräuter von Frauen mit schönen grünen Augen. Einziges Geschenk für Polyphemous. Das könnte genau das sein, was ich gesucht habe. So, jetzt hast du den Strand zum Fischen. Ich brauche nur Freund. Ich kann nicht bei dir bleiben, Großer. Aber ich glaube, ich habe jemanden gefunden, den du treffen solltest. Barnabas? Eurylochos, das ist Polyphemous. Was? Polyphemous, Eurylochos. Zeige dir Höhle. Zeige mir alles, mein großer Freund. Das ist der tollste, spannendste Strand, den meine müden Augen je erpicken durften. Ich will alles sehen. Was? Wer zur Hölle ist das? Du klein, aber großes Herz. Nimm das. Besonderes Geschenk. Hä? Das verstehe ich nicht. Übersehen. Singen und Sklaverei. Ein wahrer Held sieht die Welt nicht, wie er sie sehen will, sondern wie sie wirklich ist. Er kennt die Freude nur durch das Erdulden und Überwinden der Sorgen des Lebens und die Geschichte stirbt nie. Sie lebt standhaft in eines wahren Heldenherz. Ich habe Gewürze. Okay. Was habe ich mit dem Schilfer hier? Ich habe irgendwas eingesammelt. Kultus Kosmos und Soldaten. Okay. Aber wir haben immer noch keine Legendary-Dinger. Schade. Bei denen können wir nichts machen, weil uns der Quatsch hier fehlt. Wir haben jetzt nur eine Quest. Offen. Nämlich Wein für das Schwein. Und dafür müssen wir nach Paros. Südwestlich. Irgendwo hier wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, porte ich mal nach hier. Und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder, wie wir wahrscheinlich auf dieser kleinen Nebeninsel und Paros sind. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ich habe es gefallen. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Dann. Tschau. Schau.